Ihr Leute, ich bin Keke und ich nehm euch heute mit in meinen Tag. Der erste Mal kann mich adoptieren. Erstmal schön umsonst geweckt werden, wunderbar. Augen reiben lassen von den Freunden. Dann geht's raus, mein Name. Kita-Raketa habe ich von diesem Raketenstart. Ist mir übrigens egal, dass da noch jemand aus der Schleppleine hinträgt. Leute, jetzt zu Hause, was für ein Aufreger? Die Feuerwehr ist unterwegs. Keine Sorge, ich mach euch den Weg frei. Dann die wichtigste Mahlzeit des Tages, Frühstück. Miam Miam. Ach, glücklich und zufrieden. Doch dann geht's auf die Zürcher, dann kommt das Auto. Wir müssen zum Feld. Der wird ordentlich geackert und mach ich hab hier nen Job. Ich bin der Rasenmäher. Außerdem halte ich die Nachbarn im Schach. Schaut eure guten Warn aus, ihr Schweine. Selbstverständlich pflanze ich auch was ein. Aber gar nicht so einfach für ein Junge. Dann erstmal zum Bach. Füße waschen und einen schönen Schluck Bachwasser. Mh, so frisch. Zuhause schau ich, ob mir noch jemand einen Keks geben will. Du vielleicht? Ja, gib schon her. Danke. Zum Abschluss noch mein schönstes Lächeln. Mich gesehen hier nochmal. Wie gesagt, man kann mich adoptieren. Oder auch erstmal kennenlernen. In Marburg. Bis dann, tschau. veilig, glatt. Vielen Dank.